Willkommen zurück wieder hier bei Tom Clancy's Ghost Week in Wildlands. Ja, wir wollen, wie versprochen, mal endlich die Base erobern, ne? Ja, also ich hab jetzt schon mal ein bisschen vorgespottet. Das ist doch schön. Bist du schon... Ah ne, du bist noch nicht drin, ok. Und unser Kollege, der hält sich in einem Gebäude auf, wo gerade nur noch ein Typ drin saß. Ne, zwei. Nein, das sind drei. Ok. Wir könnten auch in das Gebäude direkt hier mal gehen. In welches Gebäude? Das hier vorne direkt. Ne, wir brauchen nur für Granaten. Ne, das ist zu laut. Ne, machen wir nicht. Aber wenn wir hier die Typen ganz langsam so ausschalten, nach und nach mit Schalldämpfer, dann kriegen die uns doch eigentlich nicht mit, oder? Nein. Aber versucht das erstmal, schafft das erstmal. Einer hab ich. Ja, einer. Ja. Ich weiß nicht. Die schwierige wird der am, äh, beim Granatwerk verdienen. Kann man eigentlich die Lichter ausknipsen? Es gibt einen Generator, den man ausschalten kann. Ist das ein Luftabwehrsystem? Ne, wo ist der? Äh... Ne, muss man wirklich schlechteckig. Siehst du ihn? Ich hab ihn grad markiert. Weiß nur nicht. Ah, ich... Bleib mal draußen. Bleib mal außerhalb des Geländes. Ach, der Blitz ist der Generator? Bist du? Ja. Bist du außerhalb des Geländes? Ja. Komm mal zu mir. Oh, ich hab hier eigenes Licht. Bist du bei mir? Äh, ja. Da drüben kommt man rein, und dann schalten wir den Generator aus. Ich hoffe, das macht keine Probleme. Ich weiß es nicht. Verdächtigt? Wieso bin ich verdächtig? Ich bin auch verdächtigt. Warum? Warum sind wir verdächtigt? Jetzt ist es weg. Ja. Wo ist der Generator hier? Spotte mal, hier bei mir direkt. Spotte mal, ob ihr Gegner sind. Ich mach immer was. Weil wenn ihr Gegner sind, legen wir vorher auf. Ne, aber ich seh hier keiner. Wie ist das, sind wir beide unter uns? Ich geh rein. Ich bin drin. Ich öffne. Ja. Und deaktiviere. Ist alles deaktiviert. Licht alles aus. Geil. So, jetzt aufpassen. Muss man den Gegner nur noch treffen. Ich spotte noch einmal kurz, bevor ich da jetzt eingehe. Okay. Okay, jetzt bin ich den Scheiß weg. Was? Ich bin fast aufgeflogen. Wo ist der andere bei dir? Ab einen. Alles gut. Der war im Geschütz. Der war nicht getrottet. Tango getroffen. Nein. Nein, 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 nein. Am Auto schnell ausgipsen. Ich bin nicht da. Fuck. Unser Informant haut ab. Ohne in dir. Ich komm nicht dran, der nützt sich ne Auto. Ich versuch's. Es ist nicht so fragig, wenn wir den jetzt nicht oben holen. Ist ja schon gut. Wo ist er hin? Ist wieder drin, oder? Verfick der Scheiße. Ne, da hat er ab. Ja, da hat er halt ab. Ja, da hat er halt ab. Ah, der ist wirklich okay. Ich probiere mal auf Hot-Ans, und gucken, ob ich da mal hin kann. Wieso treff ich da nicht gerade? Oh, die Rebellen helfen euch. Okay. Kommst du mal zu mir gerade? Wir müssen in das Haus schnell rein. Wir müssen da hacken. Ne, sprengen. Ja, okay. Hier sind ganz viele Gegner drin. Äh, warte mal, welches Haus? Bei mir, bei mir. Direkt vor mir. Hier liegt noch was. Warte mal. Ich kann noch was untersuchen. Soll ich das jetzt machen, oder später? Mach's jetzt. Ausrüstungskiste finden. Äh, was muss ich denn hier machen? Egal. Da werden wir eine Operation finden. Ich könnte irgendwas machen. Achtung. Ich lasse dich das gleich mal machen. Ich spreng. Granate fliegt. Sprengt. Ist offen. Da sind Gegner dran aufpassen. Also, ich bin direkt hinzündig. Da ist noch einer. Mindestens. Erstens, woher ist die Tür, ist ein bisschen scheiße im Weg, ne? Einen hab ich. Da ist noch einer. Hab zwei. Ich geh rein. Kannst du mit der... oder so. Ich bin tot. Also. Fuck. Alter, das war knapp bei mir gerade. Ich weiß nicht, wo der sich versteckt hatte. Kannst du mich holen? Moment. Und? Fuck. Wieso hab ich dich nicht gesehen? Ich hab eigentlich über ihn hingeguckt. Komm schon. Das war knapp. Nein. Kannst du es? Ja, ja. Wir müssen das hacken. Wir müssen das hacken in 10 Sekunden. Das schaffen wir nicht. So ein bisschen scheitert. Mach was. Ach so. Das hat mich gehalten. Ich hab das gar nicht gemerkt. Ja, das schaffen wir nicht. Wir müssen dafür hoch. Oh, ich hab mir gerade hin. Oh, ich hab mir um eingetript. Ups. Fuck, ihr legen hat verpasst. Ne, ne, brauchst nicht mehr hoch. Warum? Weil wir, äh, nicht mehr hacken können. Nein, direkt sind weniger. Ja, aber hier ist bestimmt doch irgendwas anderes. Okay, mein Name. Hilfe! Warte, ich komme. Ja, da sind zwei Fiepen oben. Oder nur noch eine, ich weiß es nicht. Hier ist der Standort einer Kartellantenne. Für Abschaltung markiert. Alter, wo zur Hölle bist du hin? Äh, zu den Dokumenten. Wie du meinst das eben. Ach so, ja. Worauf schießt gerade das Kartell? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es mir, dass hier oben noch auf jeden Fall Leute bei mir liegen. Warte, Treppe waren welche. Einen hab ich umgebracht. Ah, verdammt nochmal. Was war das denn? Ja, ein Auto. Auf dem Dach. Ja. Dann kommen wir erstmal runter. Ja, gut. Könnte ich hier irgendwo runterspringen? Das wäre jetzt eher angebracht. Runterspringen ist immer ein bisschen gefährlich. Ach. Ja. Wir können was versuchen. Bleib mal drauf. Ich komm mal am Heli, warte. Ich fliege. Oh mein Gott, du fliegst am Heli. Ja, ich kann gut fliegen, oder? Ich geh mal lieber ins Haus rein. Ich bin hier unten auf der Plattform. Höher komm ich, komm ich nicht. Ja. Geht da ist ein Mast? Geht das? Einsteig? Äh, du müsstest seitlich sein. Eigentlich. Wird weggeschoben von dem Grunde. Wird seitlich mehr jetzt ab. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Komm doch mal so runter. Warte. Ja, es geht. So, ich dachte du steigst jetzt. Nur dann, okay. Wo wollen wir jetzt hin? Äh, das ist eine gute Frage. Könnt ihr mal gucken, was ich hier so finde? Ich hab ein Ziel markiert. Nicht weit von uns. Siehst du es? Ja. Ja. Das machen wir noch heute. Nicht drauf ballern. Boah, ich wollt mal testen, wie die Panela ist. Ich glaub, du fliegt wirklich. Mit der Tor kann ich das nicht so gut finden. Ja. Wer soll ich jetzt machen, das Fliege übernehmen? Kannst du nicht, weil du hinten bist. Ja, wir müssen nur mal andere tauschen. Wir müssen ja eh her. Ja. Keine Ahnung. Gibt's irgendwas bei Verbrauchten? Ja. 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 Ich wette die Kartell-Arschlöcher hätten nie gedacht, dass sie Scharfschützen und USB-Vs ausweichen müssen. Karma kann so scheiße sein. Wir sind verdächtig. Oh shit. Okay. Aufgeflogen. Ja. Der Truck soll nicht beschädigt werden, wenn den brauchen wir. Ich glaub, das hat sich grad erledigt. Das war nur eine Granate. Ich wusste ja nicht, dass sie so einen riesen Schaden anrichtet. Tango getroffen. Das muss ich anpassen. Oh shit. Ich wette hier. Nein. Da warte, ne? Ich warte, ne? Du warte, ne? Es warte, ne? Du warte. Ja. Ja, sowas. Ich bin ein Bates. Ja, sowas. Ich warte, ne? Was hat das denn? Ja! Oh! Ja. Da kommt noch einer, runter hinten, dann kommt noch einer. Ach klar! Oh! Äh, und der Elze Turm? Das sind zu viele, das sind zu viele. Wie viele kamen denn da? Keine Ahnung, der Elze Turm war gerade besetzt, hab ich gesehen. Da sind richtig viele rausgestückt. Ich dachte, das wär jetzt so ne richtig schnelle... ...Vision. Kurze halt, ne? Was will dazu? Die Frage, ob wir wieder in der Nähe spawnen oder woanders sind. Ähm... Wir sind doch, aber können die Mission nicht mehr machen, sehe ich das richtig? Es ist ein bisschen weit weg. Nein, wir sind genau an der Stelle, aber hier ist nichts mehr. Ich hab was anderes mal Kitz gehabt, doch hier stimmt. Weil hier ist noch der Turm. Aber hier gibt's noch nur ne Mission. Fahrzeugabwurf. Hm. Wir können aber auch... ...eine wichtige Aufklärung hier starten. Ich würd da hin sagen. Wohin? Blau markiert. Ach, die Aufklärung da unten? Ja. Okay. Wir brauchen ein Auto. Vorsicht, der Turm. Ah! Ah, ah! Musst du Feuer eröffnen. Das ist ein Gegner. Ja, das sind die auf dem Turm, ne? Ne, hier drei auf der Straße. Sind alle drei tot. Aber auf dem Turm, wir sind verdächtig. Boah, wir müssen genau da durch, ne? Dann holen wir uns den Außentosten hierher. Oh, hier sind ganz viele drin, fuck. Tango getroffen. Tango getroffen. Tango getroffen. Ja. Hab schon. Alles gut. Ist dem Turm noch was drin? Weiß ich nicht. Ah! Und das Freunde? So ein Freund. So geil. Doch, alles safe. Okay. Ah, hier kommt noch runter. Jetzt brauchen wir ein Auto. Nehmen wir mal kurz den Wagen, ne? Ich fahre. Dann gib, komm ich. Ich hab's auf dem Krieg erstmal Radio hören. Du könntest theoretisch auch auf das MG hinten drauf. Machen wir aber nicht. Das Ziel ist hier vorne schon. Bleib links. Ich geh ins Gebiet los. Hauptsache macht ne Rolle auf dem Fahrzeug, was eh steht. Oh, Drohnenaufklärung. Online. Drohne fliegt. Ist gestört. Nein. Ich seh'n scheißdreck. Meine Drohne wird gestört. Bringt uns nix. Von was wird die gestört? Ähm, Jammer. Wie bei Rainbow Mute. Kann man die ausschalten? Das hab ich noch nicht klar rausgefunden. Das hab ich noch nicht klar rausgefunden. Hier ist ne Autowerkstatt. Den musste ich umbringen. Ja. Hast du grad Punkte bekommen? Ja. Sehr gut. Sind hier auf dem Dach Gegner? Oh, ne Autower bestimmt. Oh, ne Autower bestimmt. Vorsicht. Hier ist einer direkt am Geschütz. Kannst du den? Ja. Ich könnte die Granate reinschmeißen. Nee, warte mal. Ich weiss die Granate rein. Nein. Nein, ist zu laut. Okay. Hier drüber kommen wir nicht. Wir müssen einen anderen Eingang finden. Bin dabei. Hier geht's auch nicht. Irgendwo muss es noch einen Eingang geben. Verdächtig. Nur verdächtig. Oder wir müssen mit dem Helikopter heran. Weiß ich nicht. Gar nicht auffällig. Wunden. Ja, ich bin hinter dir. Okay. Personalpaar erstmal. Ist das mit der Drohne hier immer noch nicht so? Geht das mit der Drohne? Nee. Ich werde mal gerne wissen von wo. Ich sehe einen Generator. Nice. Auf dem Tower oben, ne? Wir sind verdächtig. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Wir werden gejagt. Hä? Oh. Du hast recht. Ähm. Ach Gott, die Jammer ist da drinnen. In dem Haus. Die würden da nämlich so angezeigt. Die haben Mörser. Die haben Mörser. Das bedeutet? Ich treff den auf dem Tor oben nicht. Ich weiß nicht. Könnte sein, dass wir gleich bombardiert werden. Auf die Bahn. Den auf dem Tower habe ich. Hab ich. Ich bin drin oder? Ich probier mal was auf. Was ist hier das Ding hier? Ach, Mörser. Beschuss. Alter. Hast du gemerkt? Mörserbeschuss. Was meinte ich? Oh, der kommt zu mir, der kommt zu mir, der kommt zu mir! Merkt man das Feuer? Ich kann so oben sehen. Wenn das Ding runterknallt. Ja, aber wird das irgendwie noch ignoriert? Wollen sie es nicht. Allerdings würde ich gerne mal das Ding in die Luft jagen. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Und das hier ist der Sinn. Es ist noch einer. Es ist noch einer. Wo? Ah. Ich treffe den Durchschnitts noch nicht. Bei mir sind oben... Fuck. Bei mir sind zwei direkt. Kriegst du die beiden? Und ich bist du wo? Direkt bei mir am Stein. Komm erst mal zu meiner Leiche. Wo sind sie? Oberhalb. Direkt an einem Stein waren zwei. An welchem Stein? Da, da steht direkt einer. Guckt runter. Da war noch mindestens einer. Oh. 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 Oh fuck. Oh fuck. Wir haben Verstärkung. ejemplo. Oh. Na ja. Ich würde mal sagen ob wir diese komplette Base erobern werden oder ob wir scheitern wie ich gerade eben passt. Das und noch vieles mehr werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Das war los. Und noch viel mehr. Okay, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Ciao. Outro